Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs erwerben. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Erwirbt, erwarb, hat erworben. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich erwerbe. Du erwirbst. Er erwerbt. Wir erwerben. Er erwerbt. Sie erwerben. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich erwarb. Du erwarbst. Er erwarb. Wir erwarben. Er erwarbt. Sie erwarben. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe erworben. Du hast erworben. Er hat erworben. Wir haben erworben. Ihr habt erworben. Sie haben erworben. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich erwerbe. Du erwerbst. Erwerbe. Wir erwerben. Ihr erwerbet. Sie erwerben. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich erworbe. Du erworbest. Er erworbe. Wir erworben. Ihr erwerbet. Sie erworben. Den Schluss macht der Imperativ. Erwerb du. Erwerben wir. Erwerbt ihr. Erwerben sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Werberwerben. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Vielen Dank fürs Schauen.